Ich bin mit dem Lauf sehr zufrieden gewesen, die Resonanz war durchweg positiv, wir hatten ein paar Kleinigkeiten, die wir noch ändern müssen, das haben wir für dieses Jahr auch alles gut umgesetzt. Die Läufer waren durch die Bank weg sehr zufrieden, wir haben mit dem Wochenspiegel im Ziel Medaillen verteilt an jeden Läufer und haben auch jeden Läufer selber befragt, wie ihm der Lauf gefallen hat und wir haben wirklich zu fast 100 Prozent von jedem Läufer zwei Daumen hoch, toll, klasse, gerne wieder, also wir haben unglaublich viel schönes, positives Feedback. Noch dreckiger, das heißt mehr Schlammhindernisse, die wir haben, es wird mehr Graben geben, es wird mehr getaucht werden müssen, es wird öfters durch den See gegangen werden. Der Tower of 4 war jetzt schon fünf, sechs Meter hoch, den werden wir sieben, acht Meter hoch machen, noch deutlich länger machen und wir werden mehr Kriechhindernisse im Wald einbauen, sodass die Läufer wirklich sich quälen müssen. viel Quälerei ist das, ne? Ja. 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 Ja.